um der boss hier kann man sie werden das heißt wir werden auf den Vater treffen und sehen was der so und sich geben wird es ist so krass hätte wirklich sein dass extra angeheuert wurde damit der Vater weiß wo die er steckt und alles so die ewige kontrolle das ist schon krass alter da kommt etwas raus ist okay ich bin sehr gespannt ich will wissen jetzt wie das weitergeht danke für die kommen bitte um mich zu den beiden zu erinnern das ist der Traveller und neben ihr ist ihr Traveller-Kumpanier Paimon ah, ja, meine Tochter hat sie von Zeit zu Zeit erwähnt es ist ein Privileg, sie endlich in Person zu treffen aber wir können jetzt alle liebsten was ist die wichtigste Sache, die du mit mir heute diskutieren möchtest? also, wir wollten diesen Transaktions-Rekord zu dir bringen es ist etwas an diesem Rekord, das wir alle ziemlich interessiert haben also, das ist was du gefunden hast okay 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 Okay. 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 Oh boy. We must proceed. Then Kusela's heartfelt efforts will also fade into the wind like a fleeting mirage. His heartfelt efforts? I'm sorry sir, but I'm not sure I follow. I made it this far in life without a single drop of my father's support. I have my own ideals and ways of looking at the world. As well as people and causes that have chosen to cherish and fight for. None of these things have anything to do with him. I came here today to support you as the head of the Homayani family. No warning will change my stance on that. I understand. Then let me tell you a little story. Okay. Our family once needed to take a trip to the desert when Dunyazad was just a baby. Along the way, we were attacked by bandits. They had superior numbers and quickly overpowered our bodyguards. When all seemed lost, a group of passerby Aramites lent us their support. Okay. Those Aramites were Kusela's brigade, Decon Al-Ahmar. Okay. Kusela's men told me that the attackers were Aramite mercenaries, just like themselves. I was shocked. Why would Decon Al-Ahmar go so far to save us and not spare the fellow Aramites? Yeah. Kusela was grinning and walked over to play with baby Dunyazad. She was startled by his unfamiliar face and nearly started crying. Really? I... I never knew. Huh. He said that he had no particular reason to help us. He just took pity on us because he had a daughter about the same age. Okay. We started talking about our children and I sensed that he was a devoted father. To repay his kindness. I hired his brigade to help out at our estate for a time and offered everyone generous remuneration. Okay. So, that's what happened. I think it's still not done. It was many years before I saw him again. Oh. I almost didn't recognize him the next time he came knocking on my door. The man I knew to be strong and healthy had been reduced to a shell of himself. He couldn't even walk anymore without his cane. Huh. So, what happened to him? He was perfectly fine when I left the brigade. I'm not too sure myself. The only thing that didn't change was his cheery disposition. He said there was absolutely nothing to worry about and that he had gotten into a fight. That was all. Okay. He suddenly asked me if Dunyarzad, now that she had grown, would need a bodyguard of her own. At the time, Dunyarzad was going through a particularly severe bout of her Elazar. There was no need for her to have a bodyguard when she could barely leave the house. Yeah. But he kept coming back to the topic. Come on. It never hurts to be safe. How do you know a bodyguard won't come in handy one day? He was completely lost at first. Until he recommended the Blazing Beasts. And in particular, a mercenary named Dia. Huh. So he was the one who recommended Dia to you. Huh. Indeed. He didn't say it out loud, but it was clear that he saw Deshret's relics as an evil group who would eventually corrupt every member in their ranks. He was already beyond redemption, but he hoped that he would be able to detach his daughter from the vicious world of mercenary life. Huh. If Dia could stay in my house and keep working as a bodyguard, then gradually her affinity for the desert would decrease and she'd be able to leave her previous life behind. Wow. Okay. And that's why you offered her such generous compensation? Yes. But not just because of that. From the moment that he asked me for that favor, I also began to see Dia as my own daughter. And that's also why I tried to persuade you to stay when you asked for permission to leave. I was willing to spend however much it took. Kristaela saved my daughter and I all those years ago in the desert. I could never refuse him entrusting his daughter to me. He was always like that, acting like he's oh so smart and self-righteous. Kristaela said that he'd reimburse me for a portion of Dia's fees. I refused to take any mora from him, but he'd always send me funds anyway. Eventually, I just accepted them as a token of his gratitude. And that went on for a while until I received another letter from him a few years ago. Okay. The letter contained a request to help him by... Food, weapons, medicine, and... Even explosive materials. Okay. Wait! Isn't that around the time that Takana Lachmar started becoming more aggressive? Yeah, the sexual. That's right. When I started to hear some nasty rumors, I became wary. I wanted to meet him face to face to discuss things. Yep. But by then, he was no longer receptive to my requests to talk. If I had to guess, it's probably because he doesn't want to put Dia at risk. That thought occurred to me as well. I figured that he probably came to me for help because he had nobody else to turn to. After some deliberation, I decided to send him some food and medicine. I turned down all his requests for explosives and weaponry. Okay. I am aware that even such a reduced gesture of support could lead to others coming to harm. But I could not simply reject his plea for help. In the end, it probably was the wrong decision. I plugged my ears to the rumors and just chose a solution that made me feel least guilty about myself. If you can, please tell me where he is now. None of the things he's doing right now make any sense if he's just trying to keep me from getting tangled up in his world. Yep. If all he wants to do is steer clear of me, then maybe he shouldn't have brought me into this world in the first place. Oh, no. Dia, please don't feel that way. I'm just angry because I can't wrap my head around any of his actions. First, yeah. I don't know. I really don't know. I don't think I can do it. But I guess you do have a point. We haven't uncovered the whole truth yet. We still need to figure out his exact actions and reasoning for these last few years. I'll do my best to help. Of course, anything between the two of you would need to be resolved between you and him. I'm alone. I don't know Kusela's exact whereabouts. Outside of supplying his brigade with some goods, I tried my best to avoid getting involved any further with him. Of course. However, there's a man on the list named Jawed. He used to be a mercenary in the desert and is now a member of the Corps of Thirty. Okay. He's responsible for supplying weapons and liaising with the Dakan al-Akhmar's merchant caravan. I think he should know Kusela's whereabouts. I've heard that he likes to have a few drinks alone and enjoy the cool wind at night outside the tavern. Maybe you'll be able to find him there. Okay. Understood. Thank you, sir. Then, I guess this is bye for now, unless... I'll stay and be with my father here. To be honest, I'm still a little dazed and haven't finished processing everything quite yet. Of course. My father has indeed done something wrong, but if I think about it, I'm also not sure if there was a right way to handle this problem. I feel like her only course of action is to turn everything we know over to the Corps of Thirty and let them render judgment. Yes. I am prepared to accept whatever verdict they choose. It's time to face my mistakes. Okay. Sehr interessant, was wir gefunden haben. So, also, äh, außerhalb der Taverne abends, also. Okay, okay, dann machen wir mal den Abend. So, ich würde sagen, so um die Zeit hier. Also hatte der Vater allerdings sie einmal gerettet und... Okay, es ist sehr interessant, Alter. Wirklich Twists nach einem Twist, wo ich nicht erwarte. So, irgendwo hier... Ah, da ist er. Haben ihn gefunden. Hallo, wir müssen wir hier bitte etwas rausfinden. Okay. 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 Wirklich. Ach. 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 Wirklich. Und, wie wichtig sind wir, wenn wir Sie zum Körchen auszuzel cremmen? Ich glaube nicht. Und, wie wichtig ist es gibt dafür zu geben. Wir schützen uns das um. Wir sprechen uns da. Können Sie es aus. Wie sind denn? What ist Du was für Du mera? Wirklich. Na, also. Ich war ein bisschen auf Geld an Geez. Und Kaseyla tut gut so aus mich. Wir hatten in mein Mühen. Und ich kann nicht finden, um die Möglichkeit zu verabschieden. Ich würde nicht nur helfen, meine Benefaktor zu helfen, aber ich könnte auch ein kurzer Mora machen. Okay. Ich erzähle euch, wie es ist. Wir sind investigatet Dekana Lachmar, und wir werden ein Ende für ihre Operation machen. Wenn du ein paar Hilfe für uns geben würdest, dann können wir einfach ein gutes Wort geben, um die Terms zu verabschieden. Okay. Hey, 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 hey. Why don't we discuss this a little first? Listen, ich habe ziemlich viel Mora für meine letzte Runde. Ich weiß nicht, ob ich mir eine Nummer und ich bin sicher, dass wir... Bläh. Shut it. Meine Patience ist weg. Du solltest wissen, wenn ein Mercenarii nach etwas anderes als Geld. Okay, okay, sheesh. Aber du hast mich überraschend, dass du ein paar schöne Worte für mich in später. Ich denke. Sie sind immer auf der Weg. Hier ist der Ort, wo sie waren, die letzte Mal, dass ich meine Lieblingsfläche in den Häusern gemacht habe. Segen Sie sich, um zu schauen. Ich sage euch, es ist nicht auf mich, wenn sie nicht mehr da sind. Okay. Okay. Und dann können wir uns vergessen, was es uns sehr gerne sagen. Hey, komm. Jetzt bist du einfach nicht einfach so. Und wirklich? Und wie weiß ich, du kannst dich nicht direkt in eine Verwanderung an? Nicht vergessen. Du bist diein mit keine Verwanderung. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Also, gehen wir uns mal schauen? Und wenn sie nicht mehr gibt, werde ich versuchen, etwas anderes für dich. Ja, das ist doch eher so. Los geht's. Und wie du, versuche dich auf eine Frage zu lassen. Wir gehen um die Stadt, bis wir zurückkommen. Du möchtest uns nicht, die Leute aus der Korpsen kenne und sie haben dich zurück in die Stadt gebracht. Überreste von einem Lager und mit den Spuren davon können wir wahrscheinlich das nächste aufspüren. Irgendwie so eine Karte oder so. Warte, hier sehen wir was. Hier sehen wir was, was ich einsammeln kann. Ich bin nötiges. Ich sammle gerade wie ein bisschen... Okay, hier ist auch noch nix. Okay, daneben nicht. Ich sammle nämlich gerade die restlichen Sachen, die ich brauche für die letzten Charakteren, die ich habe. Denn ich habe aktuell nur noch Skaramush, Farusan, Goro und Allhefen auf Level 90 zu machen, dann bin ich fertig. Und ja, oh, ui! Na dann, let's go! Ja, reden wir vor oder geht's direkt... Okay, es gibt Regenkampf. Let's go! Ja! Tick, riddli, mit riddli. Die Kass... Grund. So, bam! Boah, Alter! Ich bin da. Okay, die Kassel. Okay, die Kassel. Okay, die Kassel. Okay, hier ist nur noch der da. Und die, ich würde sagen, du machst den Rest, ne? Bam, bam, bam. Boots! Und du! Oh, noch mehr! Okay. So, ihr seid auch hier, um uns zu stoppen. So, und hoppala! Stay out of this! It's got nothing to do with you! Der Urlaub hat sich zurück. Hopp! 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 Und... Und Chissi! Das war's. Alter! Die Elektro-Dendro-Kombo. Oh, sie... Sie ist so stark! Der hat es losgekommen bei Dia. Wir alle kennen uns alle. Und ich will nicht Dinge zu weit nehmen. Just bring Kassela zu mir. Es ist kein Problem, ihn noch mehr zu hide. Oh, ist er wieder schon tot. Er... Er hat das schon tott? Er hat das schon tott. Der hat es, tot. Der Herrbusch hier reinkommelt nicht mehr zu sehen. Er hat es tott. Er hat ein Zeitpunkt vor нас gelegt. Was? Sie 75-iger Verhältnis die Shannon-Geräusche. Ich glaube doch. Das ist für die beste. Im Moment. Das ist, was der alten Mann wollte. Wann hat er sterben? Was ist mit ihm passiert? Ein paar Jahre vorhin hat Kusela Dakan al-Akmar und ging zu den Deshretz-Relix-Headquarters bei ihm selbst. Also war das, wenn ihr alle angefangen habt? Wir würden es lieber nennen, Revenge zu nehmen. Jeder letzte Person in Deshretz-Relix muss in Blut für was sie getan haben. Ha! Das ist wegen dem Tod, ist dieser Interne gekommen. Okay. Okay. Huh. Das ist genau das. Jeder von uns hat einen Rekord. Ich, Bashar, Tikriti, und alle die Kinder, die mit Diyah aufgewachsen sind. Aber du, Diyah, hast du nie gesagt, dass du eine Rekorde gegeben hast, oder? Ich... Ich... Ich wusste gar nicht, dass das eine Rekorde war. Du bist wahrscheinlich die einzige Person in all des Deshretz-Relix, die nicht wusste. Oh. Oh. Ja. 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 Deswegen haben sie sich die anderen noch damit gekümmert. Ja. Hm. Oh. Oh. Okay, wow. Wow. Hm. Hm. Oh, okay. Deswegen ist er nicht mal gekommen. Oh, okay. Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen macht alles nicht noch schlimmer. Ja. Oh, okay. 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 Vielen Dank.